Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen ein Addon für den Firefox Browser vorstellen. Es funktioniert unter dem Firefox 2 wie auch unter dem Firefox 3. Es heißt PickLens. Es ist uns vorgeschlagen worden von dem Benutzer Tiger1981 und es ist eine Art 3D Browser für Grafiken, die wir im Internet finden können. Schauen wir uns erstmal an, wie wir an das Plugin grundsätzlich kommen. Vorausgesetzt wir folgen nicht dem Link, den der Benutzer Tiger1981 in unserem Forum gepostet hat. Da gehen wir einfach in den Menüpunkt Extras auf den Punkt Addons. Ich habe es jetzt hier zwar schon installiert, aber Sie gehen eben unter Erweiterungen herunterladen, kommen Sie automatisch auf die Addons Webseite und da einfach PickLens eingeben. Klicken wir drauf. So, da wird es uns angezeigt. Wir klicken dann hier auf zu Firefox Windows hinzufügen. Dann muss der Firefox natürlich neu gestartet werden. Und nachdem er neu gestartet wurde, haben wir hier oben ein neues Icon in unserer Symbolleiste. Sieht aus wie so eine Art Tabelle, soll aber eine Bildwand repräsentieren. Gut, und wenn wir auf Webseiten sind, die dieses Plugin unterstützt, dann können wir dann auf den entsprechenden Link an der Webseite klicken und dann bekommen wir die Bilder dann schön 3D-mäßig angezeigt. Ich habe jetzt hier zwar leider keine Beispielseite, aber es funktioniert auch ohne alles. Dazu klicken wir einfach auf den Link hier drauf und schon bekommen wir hier den ersten Überblick, wie das so aussieht. Das sieht jetzt eventuell in dem Video nicht besonders sanft aus, sage ich jetzt mal, das Scrollen, aber es passiert auf dem Rechner schon alles sehr schön. Wir können hier oben in der Suchleiste angeben, in welchem Dienst wir denn suchen möchten. Da haben wir natürlich von Google die Bildsuche, YouTube, Yahoo, Flickr sind schon einige Dienste dabei und ich schätze mal mit der Weiterentwicklung des Tools kommt da noch jede Menge hinzu. Und dann können wir jetzt einfach mal nach Movie Poster suchen. Dann wird in Google alles nach dem Begriff Movie Poster abgesucht und dann hier entsprechend, sage ich jetzt mal, angeboten und da hat man hier sehr schöne Möglichkeiten, sich da durchzuscrollen. Ich mache das jetzt hier mit der Maus, indem ich einfach mit der Maus hier, sage ich jetzt mal, reinklicke und dann mit der gezogenen Maustaste die ganze Bildwand nach links verschiebe. Ich kann das gleiche auch mit dem Mausrad machen. Das heißt, Mausrad nach hinten ziehen, schiebt die Bildwand nach hinten und nach vorne ziehen, zoomt quasi ran. Wenn ich etwas gefunden habe, das mir gefällt, klicke ich einfach drauf, dann wird in den Vordergrund gesoomt und eben entsprechend richtig geladen. Ich kann noch mal einen Doppelklick drauf machen, dann habe ich es richtig im Bild. Ich kann mich auch jetzt hier zum Beispiel vorarbeiten. Hier sind ja auch die Pfeile für links und rechts. Damit kriege ich das nächste Bild quasi. Kann ich also auch so arbeiten. Sieht jetzt nicht besonders gut aus, sage ich jetzt mal, weil ich hier mit einer sehr kleinen Auflösung fahre. Aber wenn Sie dann bei Ihnen am PC mit der 1024er Auflösung noch höher fahren, dann sieht das schon wesentlich besser aus. Gut, also eine sehr schöne Sache. Ich denke mal, das ist also sehr schön, um sich Überblick über die Dateien bzw. die Grafik zu verschaffen, anstatt eben immer, ich sage jetzt mal, langweilig innerhalb des Browsers eine Seite nach vorne zu klicken, bis man die entsprechende Grafik gefunden hat. Kann man das hier also sehr schön machen. Das nimmt eigentlich kein Ende hier mit dieser Wand. Weil zumindest zu dem Thema sind also bei Google sehr viele Treffer zu finden. Da muss ich mir hier also keine Sorgen machen. So, was der Benutzer auch noch vorgestellt hat, ist, dass mit einem weiteren Zusatz-Add-On derselbe Effekt auch für Bilder erreicht werden kann, die auf der Festplatte liegen. Den Link dazu finden Sie ebenfalls bei uns im Forum. Grundsätzlich unter svenbader.de und da wahrscheinlich einfach nach 3D-Pic-Folder-Pic-Lens suchen. Haben wir das Teil hier. Und wird uns hier kurz angezeigt, dass wir im Explorer einen neuen Menüeintrag hinzubekommen nach der Installation und dann eben den entsprechenden Ordner anwählen. Das funktioniert bei uns leider nicht. Wir konnten es nicht nachvollziehen. Wir haben es auf zwei Rechnern getestet. Unter XP wie auch unter Vista. Wir konnten das Programm grundsätzlich schon installieren, aber wenn wir dann zum Beispiel jetzt hier auf dem Verzeichnis Games hier auf den Menüeintrag gehen, der schon durchaus vorhanden ist, kommt hier leider gar nicht. Das Programm wird geladen, ist auch im Speicher, aber es passiert leider gar nichts. Das Einzige, was jetzt sein könnte, ist, wir haben es vielleicht mit einem Testordner getestet, der sehr viele Grafiken drin hatte und wir wissen jetzt nicht, dass die schnell auf die erstmal erfasst werden müssen. Es scheint mir aber eigentlich nicht so zu sein, denn wenn ich jetzt hier das Ganze soll ich jetzt mal hier machen, nochmal unter Google mit dem Movie Poster dann werden ja hier, ich sehe es am Rand unten, auch nicht direkt alle Bilder geladen oder indexiert, sondern ich sehe es an den blauen Punkten, sage ich jetzt mal, dass eigentlich nur vier von sehr vielen Punkten indiziert wurden. Die anderen sind hier noch grau dargestellt. Ich weiß nicht, ob das im Video nachher ordentlich rüberkommen wird. Aber und desto mehr ich mich, sage ich jetzt mal, hier nach links bewege, dann wandert auch dieser blaue Balken. Aber ich habe jetzt Bilder rechts und links, die sind quasi noch nicht als Preview erreichbar und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Problem gewesen ist, dass nur weil wir eventuell 600 Bilder in diesem Ordner drin hatten, dass er deswegen sich aufgehangen hat. Auf jeden Fall, wir konnten es leider nicht nachvollziehen. Es wird aber sicherlich grundsätzlich funktionieren, sonst hätte der Benutzer das bestimmt nicht vorgeschlagen. Insofern also schon alleine die Geschichte mit dem 3D Viewer im Internet ist schon sehr sinnvoll, sehr schön und die Geschichte dann mit dem Viewer auf dem PC. Komplettiert das Bild, was wir jetzt leider nur noch nicht nachvollziehen können, aber Sie können in den Kommentaren schreiben, ob es bei Ihnen funktioniert hat. Insofern bedanken wir uns beim Benutzer Tiger 1981 für diesen schönen Tipp. Okay.